Socken aber auch kriegen. Falls jemand noch einen Fahrrad braucht, steht hier schon seit 2-3 Tagen. Hey, René, verrat mir mal bitte, wir werden 100 Euro gegen dich gewonnen in der Wette. Hattest du nicht dicke Töne gespuckt, dass du, wenn das Freibad im Buchstuhude aufmachst, der erste um 8 Uhr am Start bis am ersten Tag, haben wir da um 100 Euro gewettet? Nicht ganz richtig, 6 Uhr morgens. 6 Uhr morgens. Du hast gesagt, wenn das Freibad wieder offen hat, bist du um 6 Uhr morgens direkt am Start zum Schwimmen um 100 Euro. Ich war da, aber ich habe leider mein Handy vergessen. Ja, ja, ja. Seit wann hat denn das offen? Seit vorgestern. Gib mir meine 100 Euro, du Arschlauch. Kann ich das, können wir das nicht raten? 2,50 Euro pro Monat. Korrekt, ja. Ehrenmann. Nein! Gib mir meine Glätschurch. Besorge Hej, Agent Markd Werbung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.